Jo, hier ist Marl LW. Hier ist Carlito von AYRI REVOLTE. Unser erstes Schweiz-Konzert war damals im Larkutz. Das Larkutz ist wichtig. Das Larkutz finden wir gut. Deswegen bleiben wir laut fürs Larkutz. Genau. Wir sind für Freiräume, für autonome Freiräume. Sie sind sehr wichtig, um die Stadt freizuhalten von Nazi-Terror, von rechter Gewalt, von Rassismus. Deswegen engagiert euch, dass das Larkutz und viele autonome Zentren bleiben. Dankeschön. Dankeschön.